Also erstmal, wie war euer Wochenende? Schön? Ja, das freut mich aber. Ach genau, erstmal wollen wir mal gucken, was Siri... Äh, Quatsch, ach, nur mal alles zurück. Mein Gott, so, seinen eigenen Witz kaputt gemacht. Ach Gott, nee, wollen wir erstmal mal einen Koffee trinken. Ach nee, bringt mir alles zusammen jetzt hier, die ganze... Ja, was ist denn so dieses Weltgeschehen? Hier, da, tralalala und was sagt ein Riesi dazu? Was sagt Riesi denn überhaupt dazu? Das wollen wir uns mal erfahren. Bin ich schon drauf? Seht ihr mich? Nein? Oh mein Gott. Hört ihr mich? Ja. Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Egal, ich leg jetzt einfach mal los. Klein Fritzchen fragt seinen Vater beim Essen eine wichtige Frage. Sag mal, lieber Papi, wo kommen eigentlich die Babys her? Der Vater reißt die Augen auf, dann prustet er, dann hustet er, dann japst er, dann schnappt er, dann knappt er, und dann klappt er. Er kneift die Augen zusammen, dann bläckt er die Zähne, dann schnappt er nach Luft und reißt die Augen wieder auf. Er wedert mit den Händen, rudert mit den Beinen, macht die Füße in der Luft erst spitz, dann trippelt er mit ihnen im Sitzen hektisch auf dem Boden herum. Er stottert, er knottert, er rattert und er knattert. Seine Lippen beben, seine Wangen zittern. Dann fällt er mit dem Gesicht in die brühend heiße Suppe. Es platscht, es spritzt und es zischt. Als er weder aufschaut, hingen ihm nur noch Hautfetzen im Gesicht. Es roch nach gekochtem Fleisch. Klein Fritzchen schrie voller Entsetzen und vergaß seine Frage. Tja, so wichtig konnte es dann wohl doch nicht gewesen sein.